Vom BVB nach England Mit 18 Jahren wechselte Moritz Leitner in die Bundesliga, galt als Riesen der Land. Der Erwartungshaltung konnte der Mittelfeldspieler allerdings nie wirklich gerecht werden, und geht nun vom FC Augsburg in die zweite englische Liga. Bis zum Saisonende leit Augsburg Leitner an Norwich City aus. Der 25-Jährige ist in dieser Spielzeit, auch aufgrund einiger Blessuren, noch ohne Pflichtspielansatz. Diese Ausleihe macht für uns Sinn, um Moritz Leitner Spielpraxis zu ermöglichen, sagt VK-Geschäftsführer Stefan Reuter, wir sind sicher, dass er sich in England mit einem deutschen Trainer und weiteren Teamkollegen aus Deutschland schnell einleben und für ihn wichtige Einsätze erhalten wird. Beim englischen Zweitligisten Norwich ist seit Sommer 2017 der deutsche Daniel Faker im Amt, der zuvor die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund betreut hatte. Leitner trifft beim Tabellen 13. Der Championship in dem ehemaligen Dortmunder Marco Stiepermann, dem früheren Darmstädter Mario Branzig sowie dem ehemaligen Bremer Tom Dröbul auf einige bekannte Gesichter aus dem deutschen Profifußball. Viele Stationen, aktuell ist Moritz Leitner noch beim FC Augsburg unter Vertrag, wird aber an Norwich City verliehen. Zuvor spielte er bereits für 1860 München, Borussia Dortmund, den VfB Stuttgart und Lazio Rom. Quelle, Colbert Press-Imago Leitner selbst war im Januar 2011 als 18-Jähriger vom damaligen Zweitligisten 1860 München zu Borussia Dortmund gewechselt, das ihn für ein halbes Jahr in Augsburg parkte. Danach ging es endgültig zum BVB, für den Leitner insgesamt 51 Bundesliga-Partien absolvierte. Der Raut-Evka Leitmeritz raute Leitner für ein halbes Jahr nach England aus, der Mittelfeldspieler schließt sich dem Klammer-Rafenowicz-Evka an. Wir wünschen dir alles Gute, Mo!